Mein Name ist Pauline de Maury. Ich bin Diplom-Sozialpädagogin mit Zusatzausbildung Reittherapeutin. Ich mache das seit 13 Jahren. Angefangen bin ich in Münstern im Stall und bin dann vor zwölf Jahren nach Tälfte gezogen, zwischendurch noch mal umgezogen und bin seit sieben Jahren hier auf diesem Hof. Mein Hauptaufgabengebiet ist das Emotionale, das Verhalten und der Bereich Psychiatrie für Erwachsene. Und geistig Behinderte habe ich auch, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, mit Konzentrationsschwierigkeiten. Ich würde sagen, der Unterschied zu anderen Therapieformen ist natürlich, dass man mit einem Pferd arbeitet, also dass es sich vielleicht nicht ganz so wie Therapie anfühlt. Also viele Klienten von mir sind manchmal auch ein bisschen Therapiemüde, gerade Kinder, die man von einer Therapie zur anderen schleppt, die dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr so Lust zu haben. Und wenn sie zu mir kommen, dass sie erst mal reiten. Dann ist es sehr ganzheitlich. Also wir haben den physischen Aspekt natürlich, den kann man nicht, der ist einfach da, auch wenn ich jetzt keine Physiotherapeutin bin. Dann hat man, also allein das Sitzen auf dem Pferd bewegt viel körperlich, aber auch emotional. Der Kontakt zum Pferd bewegt viel emotional und die ganze Atmosphäre. Das Schöne bei mir ist, dass es keine typische Therapiestunde gibt. Also ich arbeite sehr klientenorientiert, also ich schaue sehr genau, was braucht die einzelne Person. Wo hat sie Probleme? Was möchte sie erreichen mit dem Pferd? Da sind Erwachsene natürlich oft so ein bisschen problembewusst, dass sie sagen, ich habe da und da Schwierigkeiten und ich möchte gern da und daran arbeiten. Kinder sagen eher, ich will reiten, ich will galoppieren, ich will ein Pferd begrüßen, putzen. Da machen wir was mit dem Pferd. Das ist sehr unterschiedlich, ob wir drauf reiten. Manche machen auch nur am Boden was. Oder wir gehen spazieren oder da sind sehr viele Möglichkeiten. Und am Schluss wird es belohnt und wieder entlassen. Da ich auch sehr stark mit der Beziehung zum Pferd arbeite und einem Beziehungsaufbau zu mir und zum Pferd. Und gerade im psychiatrischen Bereich viele Menschen auch sehr lange brauchen, bis sie Vertrauen fassen, bis sie Situationen einschätzen können. Ich Zeit brauche, bis ich die Person einschätzen kann. Finde ich, je länger, desto besser. Manchmal merkt man auch gerade bei Kindern, die entwickeln sich weiter und dann sage ich irgendwann, gut, entweder gehen sie in eine Reitschule und lernen dann halt reiten, wenn sie da wirklich Spaß dran haben oder die machen was anderes. Erwachsene bleiben teilweise sehr lange, weil für viele, gerade im psychiatrischen Bereich, ist das wirklich was, wo sich auch so ein bisschen dran festhalten. Es sind dann oft Langzeitpatienten, die jetzt nicht mal eine Krise haben und dann, sondern Menschen, die wirklich dauerhaft auch betreut werden und für die das ja so ein Fixpunkt im Leben auch wird. Und einfach was, wo sie vielleicht eine der wenigen Stationen vielleicht auch, wo sie entspannen können, wo sie sich wohlfühlen, wo sie nicht über ihre Probleme nachdenken. Ich hatte ein Erlebnis mit einem jungen Mann, der Jugendlicher war, der sehr Wahrnehmungsschwierigkeiten hatte und sehr taktil, also mit Schmutz sehr Schwierigkeiten hatte und auch Kontaktprobleme mit anderen. Und nachdem er ein paar Wochen bei mir reiten war, sagte die Mutter mir, er hat zum ersten Mal sein Fahrrad geputzt. Also weil er wirklich so eine Aversion hatte gegen diesen Schmutz und sich die Hände schmutzig zu machen, das hatte sie total beeindruckt, dass er da wirklich den Lappen nimmt und das schmierige Fahrrad sauber macht. Es ist eine subtile Arbeit, aber es sind Bausteine zur Persönlichkeitsentwicklung, dass Menschen einfach sich weiterentwickeln, dass sie Fähigkeiten dann sie entdecken, die sie ohne das Pferd vielleicht nicht so entdeckt hätten.